Im fünften Versuch gab es den ersten Auswärtspunkt für die HBW Balingen-Weilstetten. 30-30 in Minden in der Anfangsphase die Gastgeber wach, besser im Spiel mit einer Zwei-Tore-Führung in der Acht-Minute durch den Treffer von Meister. Sehr gutes Anspiel von Rambo und dann gut abgeschlossen. Die Gäste aus Balingen hielten aber durchaus mit und hatten dann einen 4-0-Lauf. Immer wieder Notdurft der Torschütze in dieser Phase. Insgesamt machte der Linksaußen das beste Saisonspiel, traf neunmal in neun Versuchen hier zum 13-10-Nachpass von De La Pena. Insgesamt keine gute Hälfte von Minden, sechs technische Fehler, keine gute Offensivleistung und hinten waren sie auch nicht immer auf der Höhe. So traf Strobl bei seinem Comeback. Martin Strobl ist wieder da zum 11.14, 12.14. Das war der Pausenstand, keine guten ersten 30 Minuten, die Frank Carstens da gesehen hat. Aber sein Team steigerte sich. Patschewalaev mit dem 17-17. Minden rannte die ganze Zeit hinterher, war immer wieder mit zwei Toren zurück. Dann die erste Führung, Güllixen mit dem 20-19, der rechtsaußen mit einer glänzenden zweiten Hälfte. Die Entscheidung fiel in der letzten Minute. Michalczyk machte es gut mit dem Pass für Rambo. Campertrick, Eintorführung, aber einen Angriff hatte Balingen noch in Überzahl. Drei Sekunden vor dem Ende, die Chance und dann doch noch der Ausgleich. Jannik Hausmann mit seinem zweiten und mit dem wichtigsten Saisontreffer. Denn das hier bedeutet, Balingen holt einen Auswärtspunkt.